Mein Name ist Michael Hagmann und ich wohne in Sävele in der Ostschweiz. Ich habe zwei Kinder verheiratet und arbeite als Informatiker bei der Hilti in Buchs. Meine Krankheit ist eine Bettelmiöpartie. Meine Einschränkung ist eigentlich, dass ich viel müde bin, dass ich schlecht steigen kann, dass ich schlecht längere Strecken laufen kann. Der Brot ist eigentlich bei mir im Auto drin. Den habe ich immer dabei, damit ich flexibel bin, damit ich nicht zu fest vorausplanen muss. Ich kann alles machen, wie alle anderen auch. Ich habe den Brot dabei und kann einen als Sitz brauchen. Ich kann einen zum voraus herumfahren brauchen. Ich kann natürlich Treppen steigen, was für mich super wichtig ist. Und was ich auch sehr schätze, ist, dass die Sitzposition erhöht ist im Vergleich zu anderen Rollstühlen. Das Mitnehmen mit dem Auto ist mit dem Brot ganz einfach. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass er schnell einladen kann. Darum mache ich es auch mit der Rampe. Das ist für mich dann am einfachsten und am schnellsten. Ja, der Brot ist mein Begleiter. Ich kann einen überall mit hinein. Ich kann wirklich selbstständig irgendetwas machen. Und als ich den Brot das erste Mal gesehen habe, wusste ich nicht, ich will so einen. felles mal, ich habe ihn nur Gefühl. Ich habe das geschafft, aber das muss sich nicht mehr auf,